Ja, bitte einmal da zurück. Danke. So, jetzt glaube ich hier hin. Das passt glaube ich ganz gut. Ja, es ist auch ganz richtig eingestellt. Die ist doch schön. Ähm. Die Jagd nach den vergrabenen Schätzen. Ja, das ist die Wunder, super tolle Quest. Ich glaube auch der Grund, warum wir hier hin... Ah ne. Stimmt, ich bin Mapper übrigens neulich begegnet hier im Spiel. Deswegen sind wir hier hingekommen. Ähm. Ja, die Jagd nach den jetzt beenden. Dann äh, aktivieren wir einmal die Karte. Also wir machen heute auch noch mit dem Breland weiter, keine Angst. Ich möchte nur erstmal so ein paar Bückchen da schon haben. Bedeutet für uns nämlich, dass wir schon mal ein bisschen... Was haben dann... Spare ich mir morgen die Arbeit. Es könnte hier zurück lang kommen. Das sei mir schon mal gesagt. Hier ist sehr viel los. Man sieht in Lothro allgemein keine Menschen mehr. Großartig. Aber hier ist viel los. Alle wollen diese scheiß Sieger haben. Ähm. Ich werde es jetzt noch nicht vorlesen. Das ist wie gesagt einfach nur ein Event, das noch bis morgen geht. Und wer den Lothro-Code haben möchte... Ähm. Ja. Einfach Command Lothro, also Ausrufezeichen Lothro eingeben. Und dann kommt ihr zu dem wunderbaren Code. Ähm. Dann eine weitere Erneuerung. Und zwar, wir haben auch einen neuen Mod. Der ist noch nicht ganz da heute. Also Event-Bedro, der Lauf ist Tag. Ich weiß noch nicht. Ähm. Auf jeden Fall Hybrid ist jetzt auch ein Mod. Also, Hurt of Hybrid und die anderen Loth. Ne? Ich stehe euch zu dir. Nur damit ihr Bescheid wisst. So. Was müssen wir jetzt machen? Ah ja. Das ist jetzt erstmal das Tutorial für... dieses Scheiß-Quest. Weiß auch nicht, wer sich das auch gedacht hat. Ich stehe euch und eure Familie zu dir. Vor allem der Zeitraum ist halt so... mega kurz. Ich stehe euch und eure Familie zu dir. Frag mich, wie man das schaffen soll. Aber du benutzt den Wünschegänger. Okay, warte. Habe ich es selbst losgewählt? Ich weiß es nicht. So. Wie gesagt, ich kann gleich mal zeigen, was es für eine Ziege gibt. Die man haben kann. Und ich finde sie ganz cool. Die müsste eigentlich hier mit hinten stehen. Ja. Ja, das hier ist die Ziege. Das ist das wunderbare Viech. Und das möchte ich haben. Dafür braucht man allerdings tausend Münzen. Oder man hat so viel Glück. Und gräbt es aus. Also auf meinem privaten Char habe ich nicht so viel Glück. Da habe ich schon mal dazu gesagt. Mein Glück ist da sehr begrenzt gewesen. Aber es wundert mich, wie flüssig das gerade läuft. Na so. Hallo Viech. Hallo Viech. Hallo Viech. Hallo Viech. So. Nur ein wenig. Alle 15 Minuten kann man dann die Quest hier nochmal neu annehmen. Und kriegt dann quasi neue Möglichkeiten. Man kann sich auch dieses Spitzhacken, die wir eben benutzt haben, auch selber suchen. Beziehungsweise wenn man Glück hat, gräbt man sie aus. Das Glück ist auch sehr gering. Ansonsten kriegt man hier auch halt so Zierwerk, was wir jetzt zum Beispiel auch tragen. Nicht das gleiche Kostüm, sondern ähnliche Kostüme. Ich glaube Begleiter kann man noch kriegen. Also alles mögliche. Kochrezepte. Also ist eigentlich ganz cool. Aber. Langwierig. So jetzt haben wir hier 10 von den Dingern. Es reicht natürlich nicht mal für die Hälfte von der Hälfte von der Hälfte. Ich sag mal so, wenn man Glück hat, kriegt man damit 50 Steine hier. 50 München. Vielleicht 100. Ne, 100 nicht. 100 nicht. So, dann können wir hier direkt schon mal die Quest annehmen. Dann haben wir direkt noch mehr Münzen. Also. Spitzhacken. Nicht Münzen. Spitzhacken. Und dann man kann sich auch welche aus dem Shop zukaufen. Da ich äh Blutchen habe, werden wir das auch tun. Werde ich nur für diesen Schar hier ausgeben, damit wir hier auf diesem Schar diese Scheißziegel kriegen. Auf dem anderen ist mir das egal. Nein, da brauche ich die Ziegel nicht. Das ist einmal brauche ich diese Ziegel. Wobei es könnte doch sein, dass es kontoübergreifend ist. Also vielleicht, wenn ich sie hier habe, brauche ich sie auf dem anderen nicht. Jetzt mit so Möglichkeiten. Kleine Hoffnung. So. So, jetzt haben wir da ja schon zwölf. Dann werden wir hier noch weiter bären. Und wie gesagt, diese Quest, die wir jetzt hier gemacht haben, die können wir in 15 Minuten nochmal annehmen. Also mal gucken. Mal gucken. Äh, wo ist das Viech? Da ist das Viech. Jetzt bänden. Jetzt haben wir 14 Hacken. Man sollte meinen, das wäre schon genug, ne? Wenn es das mal wäre. Wenn es das mal wäre. Ah ne, das war falsch. Warte mal. Hier. Ja. So, jetzt finde ich auch die richtige Seite öffnen, ne? Wäre ganz hilfreich. Äh. So. Da da. 25. So, die brauchen wir jetzt erstmal auf. Ich hasse die Wälder zu machen. Das ist immer so richtig scheiße. Aber ich will die Zieger haben. So, und hier sind diese Ausgrabungsorte. Wie sitze ich ab? Da sitze ich ab. Okay, die Runde ist vorbei. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz warten, bis die nächste beginnt. Die nächste Runde. Frag mich, wie man das so schnell schaffen soll, so kurz seit 2000 Münze zusammenzukriegen. Da muss man doch eigentlich fast von morgens bis abends nur hier dran sitzen. Und hoffen. So. Dass man das Ding kriegt. Sehr schwache Reaktion. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt irgendwas eine starke Reaktion geben kann. Okay. Es gibt auch starke Reaktionen. Das ist gut. So, jetzt haben wir drei Münzen und hier so eine Schatulle. Dadurch kriegen wir nochmal mehr Münzen. Jetzt haben wir 15. Und nochmal so ein Ding gekriegt. Das soll das Ganze ein bisschen vereinfachen. Ich wage es allerdings bezweifeln. Bei den Schwachen gehe ich absichtlich nicht dran. Es kann auch mal sein, dass nichts drin ist. Such, meine kleinen Höhe. Klausur. Eine Schatulle. Eine Schatulle, mein Schatz. Was sind Schatulle? Große, Hülserne, manchmal auch eiserne Kisten, in denen vielleicht Schätze dran sind. Vielleicht. Aber ihr seht schon, wie langwierig das ist. Das ist echt nervig. Aber für die Ziege, ne? Für die Ziege würde ich fast alles tun. Aber nur fast. 28. Bar-Kisten. Gib mir die Schätze in Bar. Behalte garstige Kisten. Okay. Oh, ich glaube, wir haben eine ganz große. Ja, wir haben eine riesige Schatzkiste. Das ist geil. So eine hatte ich noch nicht. Äh. 50. Ja, gut. Mit Glück habe ich mal die 50 zusammen, ne? So, ich glaube, die Runde ist vorbei, ne? Ja. Und eine neue Runde hat begonnen. Man kann hier in dem gesamten Gebiet, wo ich jetzt gerade hier rumlaufe, kann man... Uh, nein. Kann man Schätze finden. Ein tolles kleines. Aber gut zu wissen, in dem anderen ist nichts drin. 51. Jetzt sind wir bei 55. 55. Es ist schon etwas... etwas Leidiges. Was haben wir jetzt bekommen? Hallo? Hm. Ah, jetzt. Wünschegängerei. Mit diesem Gegenstand erlernt ihr ein neues Emote. Geil. Okay, wir haben ein Emote. Das sind hier diese Sachen, die man sich für gewöhnlich über die Punkte kaufen kann. Äh, wo du ausgrabben kannst. Immer nur da, wo diese... wo Ausgrabungsort steht. Wo diese leuchtenden Dinger sind. Nur da kann ich ausgraben. Der Rest hier ist nichts. Nach ein paar Minuten verschwinden die Dinger wieder, dann werden sie neu geladen. Äh, ja, ich habe jetzt so gesehen, diese Höhenklau, die wir da haben. Die sucht Schätze in einem Radius von 20 Metern. Und wenn sie... Gut, es kann auch sein, dass... woanders noch was ist. Aber in den meisten Fällen ist dann in diesen 20 Metern kaum noch was. Zumindest kaum Wertvolles. Ja, genau. Ähnlich wie ein Niffler, genau. So, und da kann ich dann zum Beispiel für mich von ausgehen, okay, da gibt es nichts außer kleine Schätze. Weil sonst wäre sie ja zu dem großen oder mittleren Schatz gerannt. Diese Viecher sehen halt mehr hässlicher aus als... als Niffler. So, aber wir nehmen das einmal kurz. Wir haben ein neues Mode gelernt. Wir sind... Wir sind eine tolle Sache, die man sich sonst hätte kaufen können. Und ab und zu kriegt man halt hier solche Hacken, wie gesagt, dazu. Es wundert mich, dass wir gerade so viel Glück haben. Das ist erstaunlich. Düfte! Vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub. Fünf Monate schon, Alter. Ja! Meine Halloween-Hüte klappen! Das ist geil. Ich habe jetzt übrigens für den kompletten, ich glaube, Oktober, gibt es Halloween-Hüte. Bei diesen Emote-Explosionen. Voll geil. Aber vielen, vielen lieben Dank. Achso, Schatulle. Ja. Achso, 74. Ey, vielleicht kommen wir sogar doch nur auf die Zone. Also, mal gucken. Aber wir brauchen ja 1000. Das ist... Lüpft meine Freude schon wieder. Mego-Wan. Ja. Ja, wir haben so einen Niffler-Fiech. Die Höhelklaue. Hi. Äh. Ich hoffe, es geht dir gut, Düfte. Hoffentlich war das eine erholsame Nacht und ein schönes Wochenende. Bisher. Die sind noch nicht ganz vorbei. Juhu, wir haben eine Spitzsacke. Hi. Warte mal. Äh. Die Höhelklaue nämlich dann, wenn hier mehr in der Nähe ist. Wir wollen die Ziege, die Ziege, die Ziege. Nein, so kriegen wir die Ziege nicht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man die Ziege so findet, ist sehr gering. Die ist so enorm gering, ey. Gut, da war nichts drin. Wehe, die Runde endet jetzt. Na toll. Ein kleines Geschenk. Toll. Kleines Geschenk war ein paar Münzen. Nee, nee. Gehen wir hierhin. Ich bin echt am Überlegen, woher ich meine Ziege hatte. Ich glaube, eine durch das Moria-Eddon. Ja, ich glaube, ich werde zumindest durch die letzten drei Eddons werde ich auch Mounds kriegen. Die einen habe ich mir ja im Shop geholt, weil es die gerade für 99 Cent gibt. Also, 99 Punkte für 99 Cent. Also, für 1 Euro quasi. Deswegen habe ich mir erst mal alle Eddons gegönst, die es da reduziert gab. Warum bedingt mal ein Wörterbuch aus Herr der Ringe? Gibt es sowas? Bestimmt. Ich meine, es gibt zumindest Elbisch-Deutsch-Deutsch-Elbisch. Das müsste es mal nicht geben. Hinten von Moria hatte ich damals vorgestellt. Damals, als es noch ein Abo-System gab. Ja. Jetzt kannst du es ja wirklich komplett free-to-play machen. Muss das aber nicht. Sofern man das Buch der Tat macht, kann man das ja echt alles free-to-play handeln. Wobei es ja zur Zeit auch diesen Lotro-Code gibt. Damit kannst du dir jetzt alle Aufgaben-Packs, die es gibt, holen und ja, dann kannst du da auch erst mal durch die Weltgeschichte eiern. Runde begonnen, Runde begonnen. Okay. Kannst du auch kommen Deutsch, geschweige denn Englisch? Mit zum Beispiel Elvis kann man eh viel mehr anfangen. Also ich glaube, dein Deutsch ist ganz gut. Dein Englisch... Dafür habe ich nicht zu selten Englisch reden. Rühren. Und wehe, du fängst an, wenn ich nachher hochkomme. Manchmal sind die Runden so schnell vorbei. Kann ich noch? Doch, kann noch. Nee. Hä? Loll. Okay. Mir wurde mal eine Hacke, aber nicht abgezogen. Wir sind erst bei 99. Bei 99. Hi. Juhu, und wir haben wieder eine Höhlenklaue. ein kleines und wehe, da ist diesmal nichts drin. Ah, sogar ganz gute Ausbeute. Weihnachtsgeschenk merken. Okay. Ich versuch's mir zu merken. Gott, dann kriegst du ja ganz viele Geschenke. Ich hab ja schon zwei für dich. Oh Gott, das wird teuer. Das wird teuer dieses Jahr. Ich ahne es. Manu, ich möchte wieder ein Riesiges haben. Äh, wir sind noch ein Crash kurz. Crash kurz. Okay. Da müsste man mal gucken. Ich finde schon was für dich. ich glaube, das ist vor Schuss egal. Er möchte es, glaube ich, trotzdem haben. Ich glaube, das Viech hat einen Linksdrall. Runde vorbei. Ich verstehe, ich stehe bei mir auch im Schrank. Ja, bei uns auch bald. Bei uns steht das auch bald im Schrank. eine sehr gute Frage. Sehr gute Frage, Frosch. Weil es den noch nicht so lange gibt. Äh, was ist leider schon los? Dein Flohmarkt wartet. Uh, denn viel Spaß auf dem Flohmarkt. Gott, war ich ja ewig in die Männer. Ruhe in Hannover ganz oft. Juhu, ein riesiges Geschenk und eine neue Hacke. Retro Games Summit. War mir klar, war mir klar. Bring uns was mit. Oh ja. Bring uns was mit. Bitte. Ich gucke mal kurz, ob die 15 Minuten schon rum sind. Und wir uns die Quest wiederholen können. Überlege ich mir noch. Das ist ein Ja. So. Hier bei ihm dürfen wir. Das da ist meine Ziege. Die darf ich haben. Genau die. Keine andere. Nur die. Und hier sieht man, wie viel Belohnung es halt gibt. Die hier haben wir schon. eine von unendlichen und Erntebräuziege. Hier ist sie. 133 von 1000. Mach das, Flutters. Haben will. Haben will. So, ist das Vieh schon soweit? Wie lange braucht es denn noch? Ah, doch, ist schon soweit. Sehr gut. So. Äh. Äh. So. Sammelt Bären. Ah ja, hier. Hey, jetzt sind wir doch mal. Okay. Äh. Sammelt Bären brauchen wir noch. Das ist nur die Frage wo. Okay. Da war mal was. Da hinten. Ich bin ja froh, dass wir wieder schon ein Reiz hier haben. Tausend Punkte. Das ist echt ein bisschen heavy. Von wie viel Zeit man dafür einfach haben muss. Wie gesagt, wir machen jetzt noch so lange, bis wir keine Hacken mehr haben. Mal gucken, wie viel wir dann zusammen haben. Den Rest mache ich dann halt morgen. Wenn wir davor oder nach dem Stream. Mal gucken, was wir hier noch haben, bevor wir los haben. Hm. Bis zum nächsten Mal.